herzlich willkommen bei stefan entdeckt die welt herzlich willkommen in nord thailand es ist sonntag der 15 oktober und ich bin heute losgefahren da ich mir eine neue app für meine kleine drohne gegönnt habe das ist die maven app damit kann ich jetzt ein paar sachen machen die freundlich ging die dji mini 2 die ich habe die hat keine sensoren um jemanden zu verfolgen also diesen follow me mode was die aber kann die kann sehen wo ist die fernbedienung und mit dieser neuen app habe ich jetzt die möglichkeit mich quasi selber mit der drohne zu verfolgen das seht ihr hier könnt der drohne sagen fliegt mir hinterher und das macht sie man kann auch sagen fliegt vor mir her das macht sie auch leider habe ich noch ziemliche probleme mit dieser neuen app der horror eines jeden drohnen piloten genau das ist mir hier passiert die drohne ist auf 90 meter hochgegangen und return to home point ist dahin zurückgeflogen wo sie losgeflogen ist weil die verbindung zu dieser app abgerissen ist und ja was habe ich gemacht ich habe mich aufs ketmobil gesetzt und bin losgefahren ganz schnell zurück an den punkt wo ich gestartet bin was soll ich sagen die drohne stand auf der straße und ein älterer herr stand daneben und darauf aufgepasst ist so nett der man wird hier unten er hat sich gewundert hier und hat kleine künwin neu also kleines flugzeug und was er denn wäre und habe ich ihm gezeigt hier drohne und super nett super nett wir haben da zehn minuten gestanden miteinander mit händen und füßen geschnackt und total netter mensch also die leute hier die sind so nett die sind so nett das gibt es gar nicht ja und er hat gesehen dass das ding irgendwie laut piepsen runtergekommen ist und ist dann irgendwie stehen geblieben und hat darauf aufpasst er hat zwar nicht angefasst er sagt das wüsste er nicht aber er hatte angst gehabt dass jemand rüberfährt deswegen er sich daneben gestellt also alles richtig gemacht total lieb von dem und das hier unten ist sein haus und da hat er mich gebeten ob ich nicht mal über sein haus liegen könnte das würde gerne sehen und erklärt auch meinen kanal abonniert und man 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 sind die nette die leute hier gibt es gar nicht ich hatte natürlich ordentlich dünnpfiff in der hose bohr kommt die wieder zurück wo landet die dann die landet ja nicht auf meter genau da wo man sie losfliegen lässt das kann ja auch mal zwei drei meter rechts oder links sein und ihr seht diesen wasserturm hier stehen oder da braucht ihr nur hohes gras schwupps sind die propeller kaputt also ich hatte echt ein bisschen schiss dass es nicht gut geht und bin im tiefflug mit dem cat mobil dann darüber tiefflug das hier ist die stelle wo vor längerer zeit mal so ein motocross rennen stattgefunden hat die motocross bahn ist gerade zu gewachsen mit mais da bin ich dann als nächstes hingefahren weil ich einfach auch noch ein paar andere sachen ausprobieren wollte und ja hat ganz gut funktioniert aber auch hier wieder das gleiche probleme ich bin ein ganzes stück geflogen und irgendwann sagte das teil verbindungsabbruch return to home point ich habe noch nicht rausgefunden woran es liegt irgendwo dran wird es liegen wahrscheinlich bin ich nur zu doof tut wahrscheinlich an meinem bildungs niveau tun also das habe ich heute auf youtube gelernt da treiben sich ja auch ganz merkwürdige gestalten rum ja hilfskellner die meinen andere leute belehren zu müssen ganz schwierig vor allen dingen ist besser zu wissen als leute die seit ewigen zeiten hier leben trotzdem wissen sie alles besser ganz erstaunlich also bin wirklich tief beeindruckt wo dieses ganze fachwissen her kommt und respekt respekt ihr lieben hat totalen spaß gemacht hier um zu fliegen und vielen dank dass ihr dabei seid dass ihr euch das video angeschaut habt hier ist einfach traumhaft schön traum auf nette leute traum auf schöne landschaft und ja kleines video für zwischendurch mir macht es einfach im moment extrem spaß hier rumzufahren weil natürlich jetzt die jahreszeit ist wo man es auch abends draußen wirklich gut aushalten kann die temperaturen die sind ein bisschen milder es ist nicht mehr ganz so warm man klebt nicht die ganze zeit und ja von diesem platz hier gibt es noch ein wunderschönes anderes video von mir also ich finde es zumindest wunderschön da bin ich mal ganz früh morgens hochgeklettert und bin dann die drohne geflogen und habe mir den sonnenaufgang angeschaut und dann nutze ich doch gern die gelegenheit so ein altes video auch noch mal nach vorne zu kram euch das noch mal vorzustellen denn es sind ja viele viele neue abonnenten dazu gekommen vielen vielen dank und ja der zuwachs ist enorm gerade vielen dank dafür also macht's gut seid nett zueinander bis zum nächsten mal tschüss so